Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ach, den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Schirm mit E-Gitarre im Hintergrund oder was ist es? Könnte doch was sein. Egal. Jetzt mal hier Drachenblut. Wie die auch einfach irgendwelche Blutsorten da drin haben in ihren Schränken. Ich glaube der Küchenschrank. Und so ein Flammen-Katana steht eigentlich nichts mehr wirklich im Weg. Oh. Das Ding sieht cool aus. Aber wir haben ja leider schon was Besseres. Naja, was ist es leider? Zum Glück. Ja, definitiv. Als nächstes macht uns ein Flammen-Schwert. Weil Blitzschaden eigentlich fast mit am lustigsten ist, weil es die Gegner dann meistens weghaut. Schade, da geht es nirgendwo hoch. Naja, okay. Dann gehen wir wieder. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte dir dein Katana abnehmen, aber das ist sehr viel schlechter und deswegen lass ich es dir mal liegen. Ist das ne Wache? Ich weiß nicht. Das Ding trägt auf jeden Fall ne Rüstung. Ist das denn da hinten rum? Ne, aber da geht nicht ins Wasser rein. Das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Also, jetzt gehen wir zurück. Auf die andere Seite. Was ist hier hinten noch? Also, ich weiß, dass hier hinten ist, aber ob hier noch jemand ist, meine ich. Was haben wir denn da? Kräuter, die wir nicht mehr mitnehmen können. Und unser Inventar praktisch voll ist. Oh Gott, Hunde. Ja, Leute. Guten Tag, Herr Dämon. Der hat doch so einen coolen Gang drauf. Bäm, bäm. Okay. Ja, das war unsere Rüstung, die wir abgelegt haben. Was? Ich hab da grad Fruchtsalat gelesen oder irgendwas. Ja. Inventar ist voll. Das ist mir auch bewusst. Stimmt, ich wollte doch in irgendeiner Kiste was liegen lassen. So. Jetzt sind wir links lang gegangen. Jetzt gehen wir da mal rechts lang. Guten Tag, Soldatin. Komm, die 2000 schaffen wir. Oh, Mist. Bogenschützen. Wie viele das auch da drüben sind. Okay, wir haben den Dämon dabei. Fickt euch. Alles Bogenschützen oder wie? Ich wüsste gleich, dass das nichts wird. Alter. Leute. Tickt's ja noch ganz richtig. Können wir doch nicht einfach hier Pfeile ins Gesicht rammeln. Das ist doch ethisch nicht ganz okay. Mal sehen. So. Oh. Die Rüstung ist besser. Tja. Kann man nix machen. Ne? Muss man wo du übel austauschen. So. Passt doch besser. Okay, vielleicht nicht ganz so drüber. Egal. Okay, sie passt zur Hose. Hm. Hm. So weit. So weit. So gut. Jetzt mal schnell wieder einbrechen. Liegt hier jemand? Nein. Geht das? Ne, das geht nicht. Äh, ich hasse es. Aber hier haben wir etwas. Wo wir zumindest etwas Zeug rein tun können. Das werden wir erstmal nicht mehr brauchen. Genau so wenig wie das Ork-Schwert. Der Krummselbe ist auch ein bisschen überholt. Das Ding war zwar ganz cool, aber... So auf die Dauer bringt es jetzt auch nicht. Also ich will die Sachen nicht verkaufen, aber so... Umliegen kann man die ja auch nicht lassen. So... So. Dann haben wir hier das ganze Zeug zu sammeln. Ne, tun wir das. Sehr schön. Können wir jetzt gleich die Rüstung mitnehmen? Wo ist die? Wo ist die? Da war sie gerade. Da haben wir sie. Hatten wir die eine Rüstung mitgenommen oder da hatten wir sie doch. So, und damit ist die Rüstung wieder besser und die andere kann weg. Sehr schön. Zack. Schlecht. Tränke. Ring. Reiten. Ach, ja. Das tolle Reizsystem hier. Da will ich doch extra noch was haben, damit ich da meinen Skill erhöhen kann. Wer will das auch nicht? Wer will das auch nicht? So, so, zack. Es geht einfach nicht auf. Was zum Geil. Okay. Für die zwei großen Tränke hat es sich schon mal gelohnt, weil von denen haben wir ziemlich wenig. Ähm. Die eine können wir nehmen, die andere nicht. Okay. Ich schwör's nicht. Oh. Horn jetzt zwei Horns, oder? Ne, ein Horn. Okay. Dann jetzt hier das da rüber. Das. Nö. Brauchen wir nicht. Hier raus. Da rum. Da ist vielleicht was. Da hinten. Das bleibt alles irgendwie nicht. Hm. Das wieder so ein untexturierter Raum, oder? Ja. Jo. Also eigentlich einfach bloß das andere gespiegelt. So ziemlich. Vorne hocken sie am Boden. Moinsen. Ja. Ja. Wint. Ja. 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 Zwei auf einen Schlag. Oh. Mein. Dame. Tja, ich dachte, die hätten sich eigentlich auf die Org-Invasion vorbereitet. Das haben sie extra gesagt. Sie haben genügend Männer, um ihr Tor zu verteidigen. Deswegen können sie auch keinen wegschicken, weil sie sonst nicht mehr genügend haben. Tja. So kann man sich irren. Gucken wir nicht aufschalten. Hier hinten war auch nichts, bis auf diesen untexturierten Raum. Ja. Gut. Kann man dann hier vorne irgendwo ins Haus real kommen? Oh. Sehr schön, da geht's sogar hoch. Ui. Schlecht. Ui. Wieder diese komischen Nekrohosen. Und nochmal Erdfalle und so ein komischer Trank. Das da und das hier und da nochmal. Und davon noch etwas. Ich glaube bald können wir ja keine Tränke mehr tragen. Dann nochmal diese komische Krone hier. Das sieht geil aus. Naja. Das da auch nicht. Das da auch nicht. Nein. Das da. Das da. Das da. Nein. Hier. Das da. Das da. Das da. Das auch noch. Und das hier. Oh mein großer Trank. Das da. Das da. Das hier. Das da. Dann schauen wir mal hier die Treppe hoch. Ob da wieder jemand schläft. Nein. Schade. Jetzt hätten wir vielleicht wieder irgendwelche Criticals erteilen können. Was sind das eigentlich für Orks, wenn sie diese Gebäude überhaupt nicht plündern? Und was sind das für Wachen, wenn wir es komplett alleine mit einem. Also mit praktisch allen Orks aufnehmen können? Die Wachen haben doch diese komischen Imba-Schwerter. Die müssen das doch irgendwie auch schaffen. Oder müssten. coating. Fehl. tipping der Boer abat Kamera. Vielen Dank.